Yo Leute, Benedikt hier. Also ich wollte eigentlich vor dem Tag ja schon das League of Legends Video rausbringen, aber ja, es ist halt ein 44 Minuten Video und mit dem schlechten Internet hat es jetzt gebraucht bis jetzt. Und kurz bevor es fertig war bei der Verarbeitung, da hat sich mein Computer entschieden einfach mal random auszugehen. Und also ich mach das jetzt mal kurz an. Also da unten sagt es jetzt 90% gleich verarbeitet. Noch 2 Minuten. Also hier jetzt 90%. Ich weiß nicht, wieso es weitergeht. Auf jeden Fall geht es weiter. Und hier oben ist es jetzt nochmal, weil ich es jetzt nochmal aufgemacht habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt also hochkommen wird, also online gehen wird oder nicht. Weil wie ihr sehen könnt, geht es einfach weiter, obwohl das hier nicht offen ist. Hier hier ist 0%. Ja. Und auf jeden Fall habe ich hier schon mal angefangen die Sonne und Mond aufzunehmen, also die Spezial-Demo. Und die wird dann auch, also heute oder morgen kommen. Und der Vlog, der Vlog, ich hab jetzt hier, ich mach das mal groß. Ich hab jetzt einiges schon mal da drauf auf dem Computer. Und das wird dann entweder morgen kommen. Oder halt am Montag. Aber auf jeden Fall in dem Zeitraum. Und ja, ich wollte euch einfach nur darüber informieren. Dazu, heute ist ja der 22. Also, hab ich jetzt mal Roosterteev aufgerufen für die neue Ruby-Folge. Es sagt jetzt, von jetzt an in drei Stunden für First-Members. Das sind halt, äh, Members, also Mitglieder, die jetzt Geld bezahlen für, für pro Monat. Also so, ich glaub das waren 3,33 Dollar oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr ja nachgucken. Also die Seite werde ich unten verlinken. Dann hier morgen für normale, für normale Mitglieder. Und für jeden in 6 Tagen. Das heißt also, in 6 Tagen wird es dann auf YouTube sein. Also, ich werde es wahrscheinlich auf YouTube gucken. Weil, ja, ich will nicht unbedingt Geld bezahlen. Und dann hab ich noch einen Zeitraum, um ein Roosterteev zu fragen, ob ich jetzt da ein Reaction-Video dazu machen kann. Okay, das war's eigentlich von mir. Und ja, haut rein.